Sauere Arbeit! Planung ist eben alles im Leben. Aber was ist? Wir wollten doch das Kind zum Pinkern bringen. Ist doch ein Junge! Oder? Und, hast du mich schon angemeldet? Für VfL? Bin zu spät gekommen. Wie? Zu spät gekommen? Schwiegermutter war schneller. Und? Spielt doch keine Rolle. Hauptsache, er ist angemeldet. Hau auf Schalke. Schalke! Scheiße! Willkommen in einer Zeit, in der wir Musik noch analog gestreamt haben. Als unsere Klamotten das erste Mal in waren. Unsere Gruppenchats offline. Als wir Likes noch persönlich gaben. Und sich keiner um Kommentare scherte.